Moin Kinders, wir sind wieder hier im Megaschweineprojekt auf der Nordfriesischen Marisch. Ja, wir haben ja hier beim Lidl in der letzten Folge unsere Eier verkauft und dann bringen wir jetzt mal schnell unseren Traktör zurück zum Hof und dann geht das weiter. Gucken wir mal, was wir denn noch so zu tun haben heute. Also ich weiß, dass wir Zuckerrüben zur Zuckerfabrik bringen wollten. Den Fendt mit dem großen Abschiebewagen habe ich auch schon bereitgestellt. Der ist glaube ich auch schon, wie ich sehe, beladen mit zu überrüben. Das heißt, den schnappen wir uns gleich und legen los. Und es ist so, wir haben jetzt denke ich mal einen relativ guten Kontostand, sodass wir auch ein bisschen flexibler und handhaben können. Wir müssen nicht so sehr aufs Geld mehr achten, können unter Umständen, ich denke das werden wir auch machen, noch wieder ein paar Schweinchen kaufen, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Ich glaube, das werde ich auch gleich in Angriff nehmen. So, ich packe den mal hier kurz ein. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich denn den Tieranhänger habe. Also, ich hoffe, dass der da unten beim Schweinestall steht. Jo, macht er. Also, nehmen wir den hier gleich mal. So, ich packe den. So, jetzt haben wir ja hier irgendwo einen Hoftierhändler oder Viehhändler oder wie auch immer ich das genannt habe. Schweinekauf. Ich glaube, der Kurs geht hier rum. So, dann fährt der mal los. Ich hoffe nicht gegen die Tür. Und wir schnappen uns unseren Fendt mit den Zuckerrüben. So, hier können wir auch mal das weg machen. Das stört hier nur. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie wir da am günstigsten fahren. Irgendwo, irgendwie finden wir das schon. So, dann machen wir mal hier rum. Oh, hallo, was ist jetzt los? Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, 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 ruckel. Ruckel, 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 ruckel. Ruckel, 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 ruckel. Und dann eben jetzt hier wieder weiter. Was wir auf jeden Fall jetzt machen könnten. wäre, dass wir uns mal einen größeren Ladewagen kaufen. Weil mit dem Mini Euro Boss ist man doch relativ viel und lange unterwegs. Also da könnte man sich überlegen, ob man da was macht in der Richtung. Und was ich eigentlich auch gerne noch hätte, wäre das platzierbare Fermenting Silo. Das wäre auch noch eine schöne Sache, dass wir nicht eben auf die Fahrsilos angewiesen sind, weil die doch ein bisschen langwieriger zu bearbeiten sind. Dass wir uns sowas platzieren irgendwo am Hof. Sobald wir den hier abkippen können. Ich frage mich groß im Moment, wo dieses Gewirr von den Pferden herkommt. Also den haben wir schon mal leer gemacht. Dann geht es hier weiter mit der Produktion vom Zucker. So, da ist ein Goldklumpen. Den nehmen wir doch gleich mal mit. So, und zurück zum Hof. Dann können wir noch ein bisschen Stroh fahren. Das müssen wir ja auch noch tun. Richtung des Komposters. Ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich noch in Angriff nehmen. Dass der auch arbeitet. So, und der andere ist schon wieder am Tierhändler angelangt. Dann gucken wir gleich. Wir fahren erst mal zum Hof zurück. Weil sie jetzt nicht so immer mittendrin hin und her springen. Das sollte nicht sein einfach. Kommt einer? Hupen wir mal und düsen einfach quer drüber. Hier in dem Bereich ist irgendwie der Ruckelwurm drin. Merkwürdig. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. So, mal gucken. Kartoffeln, Zucker, Rüben, Saat, Blut, Stroh. Und Schweine kaufen. Bestätigen, ja. Gut, das läuft bei uns. Jetzt läuft es auch. So, und weiter. Einmal hoch zum Kompost. Die. Du, du, du. Du, du, du. Ein kleiner Sprung mit Traktor und vollem Anhänger. naja, wenn es denn so sein soll, dann ist das halt so. So, und da sind wir schon. Und da sind wir auch hier. Und da sind wir hier. Und dann geht es hier wieder weiter. Aber auch solche lahmen Aufgaben müssen erledigt werden, da führt kein Weg dran vorbei. Also machen wir das halt mal so in dieser Folge. Mal gucken, was wir denn in der nächsten Folge treiben werden. Ich denke, dass wir den zweiten Eierhof in Betrieb nehmen sollten. Oder haben wir das schon? Das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ach, das ist schon wieder so lange her, dass ich hier die letzte Aufnahme gemacht habe. Also da vergisst man einiges. Aber das gucken wir uns jetzt gleich mal im Farm-Tablet an, würde ich sagen. Während der hier aufgeladen wird. So, gucken wir mal. Die Eierhof-Geschichte. Über irgendwo ganz hinten. Eierhof 1 läuft. Ne, haben wir noch nicht gemacht. Ach gut, also haben wir was zu tun. Getreide, Stroh, Wasser und Palette Papier. Gut, dann halten wir das schon mal fest für die nächste Folge. Eierhof 2 in Betrieb nehmen. So, da haben wir nämlich erstmal jetzt zwei Ladungen im Kompost da drin. Das heißt, der kann in Ruhe arbeiten. Und dann machen wir eben mit der Eierfarm weiter. Ja, Getreide, Wasser ist kein Problem. Leerpaletten dürften auch keine sein. Karton haben wir auch. Also ist im Grunde alles da, was wir dazu brauchen werden. Und gucken wir mal, ob wir das in einer Folge hinbekommen überhaupt. Das ganze Material da hoch zu schaffen. Aber das werden wir dann sehen. In der morgigen Folge. So, dann laden wir hier noch schnell ab. Und bestätigen, ja. Und dann war es das erstmal mit dem Schweinekauf. Wir haben wieder ein paar dazu bekommen. Das ist gut so. Ups. Den paar kommen wir erstmal wieder hier ab. Und dann bereiten wir uns mit dem hier auch schon mal auf die Eiergeschichte vor. Und schnappen uns hier unser Wasserfässchen. Der Fässchen ist ja ein bisschen untertrieben, würde ich sagen. Das Riesenfass. Das bringe ich noch schnell zum Auffüllen. Schon mal bereit bestellt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge frisch und munter mit dem ersten Transport Richtung Eierhof 2 wieder. Und dann sage ich nur, wenn es gefallen hat. Liken. Kommentieren. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Und vergesst auch nicht das Glöckchen zu drücken. Und dann tschüss. Bis morgen. East End. Bis morgen. Bundesk angst. Bis morgen.